da 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 ist für dekorative herzen stelle ist nämlich meins ein gerät zum freund platz weg sehr schön die andere schüssel wasser kochen und die dinge aber ich immer noch nicht genau weiß was das sein so das sind wahrscheinlich tassen die gute alte mikrowelle mich damit die herren und so weiter honig schützungsweise pfeffer und die eier auch nicht zu vergessen noch ein bisschen eins plus zwei der kühlschrank ist nicht groß genug 1 plus 2 ist drei noch mehr gewürze zu viele gewürze habe ich nur nicht erwartet gewürzregal so gesehen ein paar kleine unsere ziel rolle und wie muss die ja noch sein so erstmal hier die teller neben den tellern will ja alles ein bisschen bereit haben ja kann man doch so machen damit haben wir nur noch ja kommen wir jetzt mal wieder bei der unterwäsche an so ein uhr noch das sind so gesehen Ja, da will ich sie drin haben. Ich benutze das jetzt als Schuhe, egal. Hier war ja unsere Rock. So, das kommt wieder MP3-Player rein. Duftkerzen, mit einem Haufen Dekor natürlich. Der MP3 kommt hier drüben hin. Noch mehr... das Gleit... das Gleitende gehangen. Da kann man sagen, was man will. Die kommt einfach hin. Jetzt haben wir ja beide Schuhe, sehr schön. Und Schweini. Aber Schweini kommt ja eh aufs Bett. So, Kleiderbügel. So, noch mal ein bisschen Rock. Das passt doch auch dazu. So, jetzt geht's noch mal. Gehens. Weitere Kleiderbügel. So, wenn die ganzen Klamotten etwa hinhängen. Würde sich halt irgendwie gerade so vergeben. Ja, die Tasche, die gucken wir doch. Genau, die passt doch ganz gut daneben. Da, die Böschen. Hier rein. Da, die Pins. Da, noch ne Hose. Ja. Wie kann man das eh machen können, warum nicht? tatsächlich ein bisschen wund suchen aber naja der wecker passt nicht okay das passt aber jetzt das passt alles nicht hätte ich jetzt nicht gedacht dass das alles nicht passt und okay das kann ich verstehen aber wieso? warum ist die Decke oder was ist das? ok da lasst mich auch noch so stehen hm was soll ich denn die Decke dann hin machen? wahrscheinlich irgendwelche Pillen hm wegen der Nachtzeuge oder der Wärmflasche wird nicht gemerkt aber wegen der Decke schon ein Phönix ein Doppelbit ganz für mich allein 2015 15 ein Doppelbit ganz allein jetzt ist man nicht mehr so ganz allein ein Kräutergarten ein Kräutergarten ein Kassen eine Salbe die Bodenpresse 1 2 1 2 2 2 3 3 Der Klassiker. Ein Stück Scheiße. Ich kriege ein extra Platz. Eigentlich so für die Teller gedacht, meine ich. Ähm, was ist denn eine Backform? Was ist das denn sagen? Es wird gedämpft. Ähm. Getöse würde ich mal sagen. Noch eine Sonnenblume. Wahrscheinlich wird er wieder meckern, weil irgendwie was hier nicht passt. Aber ne ja, wie immer halt. Was ist das denn? Der ist ja schon. Bis bald, da kann ich aber anfänglich sein. Bis bald, ich kRAPP. Littesnachstum. Ich klinge, ich klinge jadern. Fäule deinen Schreiber. ukulele ganz hinten in der ecke das geht mir gar nicht ich schauke mich schauke mich schauke mich schauke Und hier ... Kissen ... Noch ein Kissen ... jetzt wird unsere spiele sammlung größer gegen das ist ein dass wir ein größeres regal brauchen die ganzen bücher antihiro aber das kenne ich noch moment ja wir können stapeln das untersetzer jetzt und zwar die ja Noch ein Untersetzer. Ähm. Ähm. Jake? Ähm. 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 mehr Blumenerde und noch ein Untersetzer das ist gar nicht mal so viel dazu gekommen, wie ich hätte gedacht ein bisschen Schäme was auch immer das ist scheint wichtig zu sein ein schmink sollte sein ähm äh ach noch ein schlöllocher Und ein Klamm. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so böse an das Hübsche irgendwo nie. Ich bin nicht so böse an das Hübsche. noch mehr unterwäsche die ordnung das erste was man hier sieht ein tiger noch mehr zum hängen wäre vielleicht das besser gewesen ein kleid wir hätten ja noch ok Okay. Oh, ein Kleiderbücher. Es wird so langsam voll. Ähm. Einen guten alten Kopfhörer. Ähm, ja, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen duftiger. Duftstäbchen, würde ich mal sagen. Vorschot. Ja. Ein Glubböschen. Wie gesagt, ein Thermometer. So. 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 Wäre es mich gewesen. Einfach so. Ja, hier ist ja noch genug Platz. und hier passt es ja was natürlich wird hier gemeckert es würde mich hier das wird wahrscheinlich wo soll ich denn das jetzt nachher machen was hat auch noch nicht ja 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 aber die ganzen düsen und so alles hier so den düftwasserchen kann auch nicht mal rummeckern diese schubladen wurden ziemlich schnell voll sowas von ja ja in dem ganzen Leben es wird halt auch immer mehr 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 und schmeißt meistens auch so wenig weg es ist so schlimm eigentlich ja 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 Vielen Dank.